Musik 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 Welche... Welche Serien feierst du so? Mickey Mouse Winnie Pooh Barbie Musik Jetzt weißt du auch, wieso sowas ProSieben nicht bringt Um Leute wie dich fernzuhalten Äh, äh, was? Musik Musik Arschloch einfach, ey Musik Direkt durch Arschloch Ja, ne, welche Serie magst du denn nun jetzt? Ich mag dich denn Welche magst du denn? Wie heißt das? Alter, mein Revier? Oder wie hieß das? Das ist Kabel 1, wir reden vom ProSieben Achso, achso, was läuft denn auf ProSieben? Ähm Keine Ahnung, ich guck kein ProSieben Nein? Ne Ach ne, warte, in welchem Bunde? Äh, wo? Warte mal, ich guck mal kurz, Flagge Niedersachsen Niedersachsen Habt die da kein ProSieben? Waren wir nicht gerade irgendwie bei, wo waren wir jetzt? Kabel 1 oder ProSieben? Wir waren ProSieben Wir waren ProSieben So, doch haben wir aber auch Ja, wieso guckst du dann nicht? Ja, weil ich das nicht guck Das voll dumm von dir Ich guck mal was anderes Was sagst du zu tun da half man? Ja, das ist ganz cool Was sagst du zu How I met your mother? Auch ganz cool Ha, wenn ich mich jetzt nicht gehört habe, läuft das nur auf ProSieben Wenn ich mich jetzt nicht gehört hab Nur auf was? Nur auf ProSieben läuft How I met your mother Ah, bei mir läuft das auch auf was anderem Nee, 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 nee Ich schwöre auf Gottes Eier, Alter Ja Nee, 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 nee Und das kann daran liegen, dass meine Programme alle volltauscht sind Wenn ich mich nicht irre, und das tue ich wahrscheinlich nicht, läuft How I met your mother Nur auf ProSieben, genau wie The Big Bang Theory Ja, das kann nicht sein, aber meine Programme sind alle kaputt Guckst du Guckst du The Big Bang Theory? Hab ich mal geguckt Das war auf ProSieben Aber da hatte ich noch einen anderen Receiver Aber trotzdem war das ProSieben Aber warum? Ja Ach, scheißegal Das war schon vor, vor 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 jahren Jahren war das Aber ich bin nicht mit dir diskutieren und du rennst weg vor der Wahrheit Hohoh? Nee, ich glaub weg von McDonalds in alter ein Erz nach dem anderen für mich hin die ich finde nur ein Erz nach dem anderen und für mich ist sie gerade ein Kühn nach dem anderen Miege Geil die Nutzung auch Kett und direkt Kettrick gilt gilt direkt die direkt Tja Heel kleiner Gte Orgel geht der die Höhle zweistöckig und Städtien Borel langsam habe ich ganz normal Hermann Spitz hat es war dann fast kommt Prozent Oman hier ist ja so viel Gold so viel Eis das brauche ich eigentlich alles Boah ey ohne Witz ne ich finde hier so viel Eisen hier damit komme ich in die lange Zeit erst mal aus hoffe ich dann hoffst ja hoff ich kommen noch zu haben ich muss gehe ich hoch ich sagt der Spitze da ich habe einmal komplett alles unter ich bin nämlich ich habe meinen gern gemacht während das meinigen so viele Arte gefunden und dann stoße ich auch noch auf eine riesen dicke fette Schlucht die so voller Erze und so ist Alter das Aufgabe für ein paar Stunden werden Nürnberg und das ist kein Witz in paar Stunden Prozent ist um um Loll um er die ist klar ich habe hier ein riesengroßes Schrankloch gebildet die die P ich meine natürlich ist ein Michael Park jetzt muss ich mal das Konzept das ist natürlich ich allerliebst um na dann 7 Titel hallo ich bin ja nicht schreckt alles so kommen join schnelle so da ist kein Schrankloch mehr läuft würde ich sagen es sieht so aus als ob ich runter rennen würde boah übelstes brainfuck ohne Scheiß du musst dir die Folge geben Bruder werde ich alleine deswegen kümmerig arbeiten da na gut das werden mehrere Folgen also er habe ich schon wieder 32 Eisen gefunden in der Hölle da und so denn noch nicht er auf die Sohn ich finde ich meine ich habe jetzt nicht nur fast 4 6 sie mit bei allen altes Montag die was wollte ich jetzt machen ich würde so hochgehen habe ich getan was steckt habe es getaubt ich denke an der habe ich schon an so ich werde mich aus wieso auch die jahre wo wieso will er die Szene rausschneu ich verstehe das nicht ist das ist mega krass er wird dies hier Luca er will die Szene rausschneu ich einsatz da habe ich aus dem ein wort erzählt er will so für den Klaus schneiden voll der Pischer und wie sehr wie soll ich jetzt eigentlich hier zahlen noch mal für dein auftritt hier mit millionen Euro ach so ja genau das war ja die vereinbarung mit uns ein auftritt ein auftritt krank der Regeneration naja zum glück zum glück gibt es ja youtube money ne und ich habe mir wieder keine Spitzhacke gemacht ein zwischen die nächste Schlucht dreimal ich habe die zwei Schluchten wir haben hier sie wieder keine neue Spitzhacke er ist noch nicht das ist doch was er schlugt drei Haltringen und verkehrt trotzdem ich bin einfach Trostrom das ist einfach das zu ihn nicht da und kriegst und er währenddessen immer noch 3 auch heiltränke trinken trinken kann er die Nürnberg auch vorhanden siehst du der Markt ist sogar noch dauerhaft sind nein aus was wann da aus der Mauer Verstorlosen doch gut fortfugend ist zunächst dann stehen sie ich stehe wurden auf jeden Fall auf jeden Fall in den Fall auf jeden Fall auf jeden Fall vielen Dank für die Blumen vielen Dank vor du hast erlösen Kropo die Verlust Kiel die Verlösen ich will die Welt sehr Bankmeister so ist recht, Lukas Sam Meister, proper Meister, proper haut er mir raus Alter, was ist nur schief bei dir ähm ja, was soll ich jetzt erzählen wo soll ich anfangen ja, genau oh ja, ich warte ich weiß nicht, wo ich gerade anfangen soll mit dem was was mit dir nicht stimmt, okay sucht ja einfach aus ähm wo fangen wir denn mit an? ähm mein Finger ist gerade krumm beim zocken ähm alle 10 Finger gerade krumm öh 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 das ist doch voll langsam hoch ja langsam hoch auch als mal aus der bau die um herr wissen der post beim dringend gar ordentlich oder mal ohne Witz wir müssen wir müssen ein bestimmtes Konzept noch auf vergiss es nicht Luka ist da heißt Luka wenn du mal bei wenn du mal hier bist oder so also wir wenn wir uns mal treffen sollten müssen war dieses eine Konzept auf das wäre das verrate ich doch noch nicht wer weiß bis wann es klappt hau den Daniel hau den Daniel aber du weißt ganz genau was ich meine wahrscheinlich erst dann wenn ich dir sage was ich meine dann wirst du es auch wieder wissen Banner mache nee nee was kann ich nee auch sonst weil es mal wirklich nicht schade 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 diesmal ich so war kein Banner machen ich bin in Afrika m die Bärste halb das möchte ich mit dem neuen Banner er wartet mich ja ich habe auch ich habe einen Auftrag ich habe einen Auftrag für dich mein junger der Pader war aber das der Auftrag muss ich hier wirklich denn nach der Aufnahme erzählen weil ich möchte bitte dass mir das zu antworten als sie es an zu okay wie lange geht denn die Aufnahme noch Prozent ich habe mir ein Teil mal gestellt noch eine Stunde und 40 Minuten hat man noch andere Sachen zu tun als die ganze Zeit zu zocken naja ich mache eine Aufnahme Session ja ach das schade